Ist da jemand? Rio wird angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Winston, ich habe sein Signal verloren. Wir werden hier überrannt. Null Sector ist überall. Wenn irgendjemand zuhört, wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Ich halte sie auf, solange ich kann. Ich halte sie auf, solange ich bin. Und wie findet Overwatch unsere Stadt so? Ist wunderschön, abgesehen von den Killerrobotern. Das kannst du laut sagen. Echt schlimm, wenn die einfach so reinschneiden. Ja, einfach nur nervig. Ihr Kinder, reden zu viel. Das waren dann wohl alle. Noch sollten wir mit der Party warten. Die Dinger gehen nicht so schnell auf. Wir müssen von der Straße runter. Kommt mit. Hier lang. Das hier ist mein Reich. Hier sind wir für den Moment sicher. Wir haben nicht viel Zeit. Die Zivilisten halten nicht mehr lange durch. Wir brauchen einen Plan. Tja, dieses Riesenschiff spuckt Roboter aus, seitdem es hier angekommen ist. Wenn wir es stoppen können, retten wir vielleicht die Stadt. Alles klar. Wir fliegen da hoch, machen alles in unserem Weg platt und schieben ihnen einen Riegel vor. Meint der Typ das ernst? Weißt du, so sicher sind er auch nie. Wir müssen uns in Teams aufteilen, um ihn als Sektor abzulenken und die Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Echo sollte das Shuttle holen. Alle anderen, ihr kommt mit mir. Wir entern dieses Schiff mit unserem neuen Freund. Ich heiße Lucio. Willkommen in Rio. Ich heiße Lucio. Willkommen in Rio. Ihr habt gehört. Unser Ziel ist das Kommandoschiff. Euer Transporter-Häcker. Das Kommandoschiff ist auf der anderen Seite der Stadt. Häcker, du bist unsere Luftunterstützung. Ich glaube, dass Brigitte uns die Ehre erweisen wird, den Transporter zu fliegen. Will sie wirklich fliegen? Ganz alleine? Ich komm schon klar. Kümmert ihr euch um Null-Sektor? Wir melden uns bald. Los, Leute. Retten wir meine Stadt. Hier entlang. Gegner! Schützt den Hammer! Kann man von Null-Sektor nirgendwo herholen? Schmeißen wir sie aus dem Club! Oder Laufstall! Ah! Overwatch verteilt in Rio! Seid ihr also alle wieder am Start? Wenn die Leibhilfe brauchen, haben wir keine Wahl. Die Konsequenzen sind wurscht! Ähm, also ja, wenn ich das richtig verstehe. Du bist nicht verloren. Zurück in den Kampf mit dir! Oh! Haha! Juhu! Lucius' Club wird weiter grooven! Schlagen wir hier Wunzeln oder wie? Tür auf und Stadt retten! So lautet die Devise! Sind alle bereit? Da draußen tobt ein Krieg! Da oben! Das ist unser Kommandoschiff! Null-Sektor hat noch nie so eine Großoffensive gestartet! Wir müssen an Bord dieses Schiffs und es ausschalten! Das ist ein Ding mit Stammladen! Luthi, legen die Stadt in Schutt und Asche! Wenn wir sie nicht aufhalten, setzen sie ihre Zerstörung fort. Wir haben ein kletzekleines Problem! Diese Barrieren gibt es überall in der Stadt! Die hindern die Leute an der Flucht! Diese Karakel sehen wichtig aus! Mal gucken, wo die hinführen! Aufgepackt! Wow! Was ist denn das? Ziemlich Hightech! Ich wette, das kriegen wir kaputt! Ah! Nein, Klaus! Relais deaktiviert! Auf dem Gebäude vor uns ist eine weitere Energiequelle! Winston! Weißt du, was diese Dinger sind? Diese Apparate scheinen Energie herzuneiten! Aber von woher? Mit der T-Car-Ref-Bereisen! Fliegende Roboter? Das ist ein Upgrade! Ich liebe es, Dinge zu zerdeppeln! Mit dem T-Car-Tracer! Get-sing! Ha! Der ist hier! Ha! Mit Overwatch läuft die Sache wie geschmiert. Na, der Transformer! Schäe die zu sehr, Brigitte! Oh nein! Die Landestolen ist mir zu heiß. Sicher das Gewicht, dann komm ich runter. Probably. Mein Hammer setzt schon russisch ab. Ich hab' mir die Strände von Rio irgendwie schöner vorgestellt. Äh, normalerweise laufen hier nicht überall Roboter rum. Genau, das Richtige wird müssen gewissen. Gegner in Sicht. Mein Ultimate ist gleich wieder so weit. Ja! Über uns! Wir werden attackiert! Das Ding ist riesig! Jetzt haben wir es mit schweren Geschätzen zu tun. Komm mit! Mach los, geh! Das war's schon! Brigitte! Du kannst landen! Komme wieder zurück! So langsam hab' ich den Dreh raus! So langsam hab' ich den Dreh raus! Wir müssen auf dieses Kommandoschiff! Ähm, mal sehen, was ich tun kann! Tut mir leid, Leute! Hast du wirklich ein Flugtraining absolviert? Achtung! Jetzt wird's brezlig! Wir haben's geschafft! Ich meine, wir haben's geschafft! Du bist die beste Brigitte! Aber jetzt müssen wir los! Die Flüsse,... ...wenn wir hin und auf!」 Sie haben's geschafft! Behalts den Durchgang im Auge! Du bist so hart! Haha! Das ninguém gehört jetzt! Wie schießen wir das Ding ab? Was ist der Plan? Hehe! Bin ja schon vorbei! Meinst du das ernst? Leider, ja! Irgendwelche Hinweise? Guck mal im Holo-Tisch. Gleich weg. Dieses Schiff ist riesig. Der Hauptreaktor ist in dem Raum da. Wenn wir den abschalten, stürzt das Schiff vielleicht ab? Worauf warten wir da noch? Gehen wir! Schaut mal, Leute. Sind es Omnix? Aber haben Drohnen nicht oft auch Piloten? Wo finden wir sie? Ich bin zu jung, um zu sterben. Mann, da fühlt man sich direkt willkommen. Nicht. Die schicken uns noch mehr Artillerie. Hoffentlich gehen ihnen diese Großen bald auf. Groß, nein. Wenn wir mit ihnen fertig sind, sind sie sowieso Schrott. Weitere Roboter im Anflug. Das Schiff hat eine Menge von den Dingern dabei. Wenn wir mit ihnen fertig sind, sieht das anders aus. So viel Feuerkraft nur für Rio? Ist das Ihr Ernst? Nicht nur Rio. Die ganze Welt wird angegriffen. Heiliges... Schon wieder? Roboter sind nicht gerade für Kreativität bekannt. Mehr! 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 Konzentrier dich, Reinhardt! Aber das sind doch noch so viele Roboter! Aber das sind doch noch so viele Roboter! Das ist doch noch so viele Roboter! Herr Jim hat die Kreativität abgeschlossen. Das reicht erst mal! Äh, Winston? Das sieht nicht aus wie ein Reaktor! Richtig! Das ist ein riesiges Relais! Richtig! Diese Technologie scheint in Nile-Sektors-Arsenal allgegenwärtig zu sein! Aber wenn wir da hart genug draufhauen, stirbt das Schiff auch was, oder? Triften wir es heraus! Was war das? Schaut euch das riesen Viecher mal an! Ha 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 ha! Diese netten Zeitgenossen nennen wir Charger! Warte mal warum! Charger! Klingt genau nach meinem Geschmack! Der Charger ist immun gegen unsere Angriffe! Die Blechbüchse hat so erarmt Kraftfeld! Schaut! Das Allee hat das Kraftfeld abschaltet! Das hat echt funktioniert! Gegen dem Charger Saurus! Sehr aufklubbar! Reaktor beim Kasten! Der Charger ist abgleichbar! Der Charger ist abgleichbar! Feuer öffnen! Er ist wieder unversiegbar! Er muss das Rallye rammen! Sein Kastfeld scheint vollständig zerstört zu sein. Das ist unsere Chance! Schaltet den Kastler aus! Er steht nicht mehr auf! Wieder am Start? Schießt auf das Rallye! Das wäre geschafft! Wenn wir nicht mit dem Schiff abstürzen wollen, müssen wir zum Hangar! Schwind, Leute! Was habt ihr gemacht? Das Schiff fällt aufeinander! Wie beabsichtigt! Holst du uns ab, bevor wir abstürzen? Ich bin unterwegs! Beeilt euch! Die Türen rühren sich nicht! Das sollte klappen! Ihr werdet springen müssen! Ihr habt's gehört! Bewegung! Los! Ich bin direkt hinter dir! Ich bin sicher! Ich bin ich deinem Herzen! Ich bin der Senf! Wir haben ihn! Los! Sieht so aus, als zieht sich Null Sector aus Rio zurück. Und mit dem Rest von denen werden die Bodentruppen locker fertig. Puh! Lucio! Du hast dich gut geschlagen. Wow! Also, wenn du das sagst, dann... Danke. Ich unterbreche euch nur ungern, aber ich empfange Berichte über Angriffe auf andere Städte. Wisst ihr, wenn ihr Null Sector aufhalten wollt, würde ich euch gerne helfen. Willkommen an Bord! Woo! Seht euch dieses Team an! Das wird ein Spaziergang für uns. Wow! Ohohoho! Woo! Watchpoint Gibraltar! Das ist echt krass! Ich meine, yo, denk nur an all die Leute, die hier mal standen! Commander Morrison, Torbjörn Lindholm, der große Reinhard Wilhelm! Hör bloß auf damit! Nicht zu fassen, dass die UN-Overwatch aufgelöst hat. Also, wo sind bitte all die anderen? Äh, es gibt nur uns. Ähm, nicht ganz. Schön euch zu sehen. Cassidy! Fahra? Sir, sorry für die Verspätung, aber wir mussten ein paar Rekruten abholen. In Anbetracht der Umstände dachten wir, ihr könntet etwas mehr Feuerkraft brauchen. Etwas mehr Feuerkraft? Das ist mehr als genug, um Null Sector auszuschalten! Und sie in kleine Stücke zu zerschlagen! Ja, die verstaut mich! Klingt, als werdet ihr zwei mich am meisten brauchen. Unsere Chancen gegen Null Sector stehen jetzt schon viel besser! Wenn sie einen Kampf wollen, dann sollen sie ihn bekommen! Ganz genau! Aber wir müssen klug vorgehen. Null Sectors Armee ist zu groß für weitere direkte Konflikte. Was wir brauchen, ist ein taktischerer Ansatz. Taktisch, was? Wenn das Ding klappen soll, wird eine Person wohl noch nötig sein. Die Karte-Karte, Propaganda Der eigenen Weg zu beenden Ja, das ist ein ganzes Wartobesch. W レderung Wirken Wird ein? Wird ein?